Herzlich Willkommen bei uns da am Handelmoor Freilandhof im schönen Lommingtal im Murtal. Ich bin die Marion Moser-Reinisch und ich führe da gemeinsam mit meinem Mann, mit meiner Familie unseren Vier-Generationen-Hof. Wir wollen ganz nah am Konsumenten dran sein, wir wollen regionale Lebensmittel produzieren und daher haben wir die letzten Jahre den Weg in die Direktvermarktung verstärkt gemacht. Wir halten da ganzjährig in Freilandhaltung Robustrassen. Bei den Schweinen sind das eben unsere Freilandschweine aus den Rassen Schwäbisch-Hellisch und Durrock und bei den Rindern halten wir Murbadner Kalbinnen und diese Tiere vermarkten wir da komplett bei uns am Hof. Zusätzlich haben wir auch noch Freilandhühner, das heißt alle diese Produkte aus diesen Bereichen, auch mit klassischen Produkten wie Erdäpfel oder Apfelsaft von unseren Streuabstbäumen, das vermarkten wir zu 100 Prozent bei uns im Hoflaun. Wir haben da einen Betrieb in glücklicher Lage mitten im Ort von Grosloaming, das heißt viele Konsumenten vor Ort regional kommen daher und kaufen bei uns ein. Die wollen mit uns in Kontakt treten, die wollen nachschauen wie geht es den Tieren und das fängt eigentlich bei den kleinsten Kindern an, bis hin zu den Großen, dass man immer wieder über das Thema redet, wo kommen eigentlich unsere hochwertigen Lebensmittel her. Wir stehen tagtäglich für Lebensmittelqualität und Herkunftssicherung ein. Ich verwirklich da auf unserem Hof mein Herzensprojekt und alle, die es auch tun wollen, denen kann ich nur sagen, in der Landwirtschaft gibt es so viele Möglichkeiten, was man tun kann und das empfinde ich als echtes Privileg.